Ja, Mr. Hammer-Trupp ist... ja, ehggeol. Ja, ja, ja. Angst vor einem kleinen Geist der Mädchen. Ah, Maustpfeil. Einfach mal mit mir hin. Einfach mal mit mir hin. Sollen wir reingehen? Ach, bist du unten beim... ...den Katakommnen? Okay. Da kann ich ja eigentlich auch mein heiliges Wasser, ne? Wieder auffrischen. Und das ausgerechnet von einem Marmariten zu hören. Oh Mann, ey. Hm. Oh, ich fühl mich wie auf dem Präsentierteller. Kann man einfach wegstecken. Ist ja eh freundliches Gebiet. Ja, die Katakommnen. Kann ich vorher Dings auffrischen? Weil da unten sind wieder Unterhose. Ja, ist ja gut, Laura. Ich komme ja gleich. Ich wollte nur Dings auffrischen. Mit meinen nackten Fingern. Die Wand hochklettern. Denn ich wurde von einer radioaktiven Spinde gebissen. Gibt es eigentlich mehr als euch zwei? Das ist grad gar nicht mehr. Ja. Wieso nehmen wir eigentlich nicht hinauf zu Gloria? Ah, hallo. Zombie ist wieder da. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Chicken ist höflich und macht Platz. Süß. Süß. Wann hier noch? Ja, ja. Ja, ja. Trickster. Blablabla. Ja, immer noch mit Konstantin eine Rechnung offen. Der hat mir immer noch nicht das Gold gegeben. Aber Chicken hat dich doch an der Nase angeführt. Oh, Garrett. Aber Geduld ist doch eine Tugend. Gibt es doch irgendwas Wertvolles, was Garrett als Entschädigung mitnehmen könnte? Gibt es doch irgendwas Wertvolles, was Garrett als Entschädigung mitnehmen könnte? Danke, Laurel. Danke, Laurel. Ich kann aber nicht um die Ecke gucken. Es ist nach unten gegangen, ne? Ich hab's hier noch andere Wege nach unten. So ein bisschen Licht ins Dunkel nicht bringen, sondern umgekehrt. Ein bisschen Dunkelheit ins Licht bringen. Ihr könnt doch warten, bis sie sich beruhigt haben. Dann wird gebackstappt. Einer ist nach unten gegangen. Kannst natürlich auch versuchen, daran vorbeizuschleichen. Daran, ja. Du redest so, als wäre es ein Etwas. Aber er war doch früher ein Mensch. Ein Lebewesen. Jetzt ist halt nur ein untodes Getier. Und untote Getier sind also nur noch es. Ich könnte die beiden auch. Na, Chicken? Was könntest du? Sie mit Noismecker irgendwo hinlocken und dann einfach hier heiliges Wasser? Bist du sicher, dass es dann ein Wunnenhit-K.O. ist? Ich hab den Dolch gar nicht draußen, verdammt. Ja, ist doch nicht so, als hätte ich ja schon im vorherigen Level ziemlich viele Blendgranaten verhungst. Ja, davon liegt dein toter Kollege, der eigentlich tot ist. Ich weiß, das ist ziemlich aufregend, was da gerade so ein Toter liegt. Aber kannst du vielleicht dich ein bisschen beruhigen, ne? Der ist nicht tot, der hat sich nur schlafen gelegt. Der war müde. Wenn der jetzt hier reinkommt, während ich nicht an der Wand stehe. Ich will doch nur zu meinem kleinen Mädchen, Laura. Was nicht mein Mädchen ist. Ich will doch nur die ganze Zeit stehen und blickt in die Richtung. Ist nicht getroffen? Das hab ich jetzt definitiv nicht getroffen. Chicken, du hast kein Talent. Klappt das so? Bei wem kann ich nochmal Wasserpfeile kaufen? Also in welchem Bezirk? Brauen mir gerade so ein bisschen welche. Oh, ich hab noch ein paar. Beruhig dich doch einfach mal. Du da, du da, du da, dey. Kann ich backstabben? Ja, ich kann backstabben! So, falls du nicht gut bleibst. Zack. Keine Ahnung, ob der da euch wieder aufsteht, aber... Du gehst natürlich genau da lang, wo der Zombie ist. Boah, die sind jetzt nicht so schnell. Kann ich dich backstabben? Dich kann ich nicht backstabben, okay. Laurel? Hab ich schon mal erzählt, dass das ziemlich unhandlich ist, dass du hier so eine kleine... Was? Ich kugel und dich herumfabrizierst. Ich glaube, wir haben ja gerade gefunden. Ich kenne die Bibel von Niemann, dass das Tag der Translator-Gemal... ...dass die Name der Interpreter-Gemal... ...und beginnend die Prophezeien. Ich kenne ihre Augen, um zu readen und zu sehen. Ich kenne ihre Sprache, um die Glyphs zu sprechen. Ich kenne dich, um die Feier zu sehen. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihre Geschichte, um die Wahrheit. Buchstaben die Musik einschgadas Der Bibel von Magen schreibt, dass... Interpreter Gamal, was ist passiert? Oh, look! No, no! Carsehaus, stinking rotting bones! You think you can smear me, track me with your secrets? I am secret, kept for decades. You scratch out glyphs and think you have them, but I wear them, drink them, breathe them, know them far better than you! I am glyphs now and for all time! I'm me again. She can't use it anymore. Finally now you see me, my skin, my bone as I am! You will not live to thwart me! I have gathered all I need. Talismans, tomes, artifacts, writings, I have them beyond your grasp. I trace, I discover, I read, and soon I shall come to the last of all glyphs that you seek, stumble, follow, but shall never find! I'm afraid we're going to have to rip a few pages from the book of nids! Oop! You did it! I knew you would! The Grey Lady, she buried my body here, where no one would ever find it. She put those marks on the grave, so I couldn't leave. Then she made herself look like me. But now the marks are gone, and she can't use my shape anymore. And I'm finally free! Oh, I have to go. Oh, thank you. Thank you. Goodbye. Ja, gern geschehen. Und währenddessen werden meine ehemaligen Hüterfreunde ein bisschen abgeschlachtet. Schon sagen. Wie, ich komme nicht mehr raus, ne? Nicht mich zerquetschen, ne? Das hat mir gerade ein paar böse Erinnerungen gegeben. Ach, an der Wand kann ich mich nicht. So, ich hab an die Wand. Hallo, Mr. Zombie. Hallo, Mr. Zombie. Stich zu, Garrett! Mach Puff Puff! Puff Puff! Puff Puff! Puff Puff, hab ich gesagt! Puff Puff! Ah, da war die Leiter. Hier war, glaub ich, ein schneller Weg nach oben, oder? Mit Schlut? Ja. Ja. Eine Sprengmine. Wow. Sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Ich will jetzt einfach mal sagen, unser nächstes Objective ist, dass wir zu den Hütern zurückgehen und gucken, was da ein bisschen vorgefallen ist. Ich glaub, ich nehm doch mir den anderen Weg. Also die Treppe, ne? Chicken, versuch keine Abkürzungen zu nehmen, die du eh nicht mehr im Kopf hast. Das geht nicht gut. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Oder was ist das mein neuestes Objective? Garrett sagt mir auch nichts. Translator Gamal. The heck in disguise is the one who have been after this whole time. Return to the Keeper Library to inform the Keepers. Ah! Ich glaube, das haben sie mittlerweile selber rausgefunden. Nee, ruhig konnte ich ja tragen. Egal. Kuscht euch. Kuscht euch! Davor noch ein paar tausend Dinger einkaufen. Das sind meine wunderschönen Wasserpfeile. Hallo Mister! Es hat überhaupt kein... Ähm... Wie es mir geht? Gute Frage! Naja... Wieso stellen alle Leute mir diese Frage? Als ob es sie wirklich interessiert. Ich komme aus wielden. Und wir müssen die Bersen hören. Wenn ihr es mir lebt und euer lordี้ verhältst, was die andere. Männlich werden sie verletzt. Egal. Ich werde sie verletzt.